Oh, 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 was für ein unaufgeräumter Baum. Mr. Guacca, ich mal meine Duffy, deshalb braucht Fips doch unsere Hilfe. Hip, hip, hurra, die Looney-Baumeister sind da. Was gibt's, Fips? Oh, hier gibt's Bäume und Luft und so. Wollt ihr Nüsse? Irgendwo habe ich ein Tablett Nüsse für euch. Hier nicht, auch nicht. Äh, Fips, wir wollen dir helfen, Ordnung zu schaffen. Also bauen wir dir eine Schrankwand, da kannst du alles einsortieren. Das klingt perfekt. Also das wäre Wichtigste zuerst, Fips. Wir müssen alles aus deinem Baum rausholen. Dann bauen wir die Schrankwand auf und bringen Ordnung in dein Chaos. Äh, und wie genau sollen wir das alles rausschaffen? Indem wir einen supercoolen Flaschenzug bauen. Es wird Zeit zu fliegen, Mr. Guacamole. Buh! Ich bring schon mal die Rolle an. Das Seil. Aufwärts! Wo wollen wir anfangen? Hier? Oder hier? Vielleicht hier? Packen wir's an, Leute. Zeit für eine kleine Baum-Säuberungs-Aktion. Toll gemacht, Team. Fips Baum ist leergeräumt. Zeit, zeigen wir ihm, wie geräumig er ist. Wow! Meine Wände habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und dann, damit du weiter Ordnung halten kannst, bauen wir dir jetzt eine Schrankwand. Ich schaufel Regale aus. Wie bitte, Mr. Guacamole? Diese Regale sind perfekt für kleine Kisten. Kisten? Was für Kisten? Diese Tisten. Rote, blaue und dilbe. So tanzt du deine Sachen fast down. Wir werden jede Menge davon brauchen. Legen wir uns ins Zeug, Leute. Ich platziere die Rädale. Und füge die Tisten hinzu. Ich liebe Kisten. Ich brauche eine große Kiste für all meine kleinen Kisten. Oh nein, Fips. Die Kisten sollen dir helfen, Ordnung zu halten. Oh! Oh! Oh!